Liebe Luzernerinnen, liebe Luzerner, Luzern ist richtig schön, das wissen alle, Stadt und Kantone. Sogar die Schweizer Post hat entdeckt, dass Luzern eben richtig ist. Sie haben eine Briefmarke gemacht, wie für alle Kantone, und dort hat man das Sujet richtig drauf getan. Schreiben Sie doch wieder einmal einen Brief und nehmen Sie die Briefmarke Rüdig und legen Sie auf den Brief. Ich bin sicher, die Empfängerin, die Empfänger wird sich Rüdig freuen.